Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Q-World. Wieder mit dabei ist unser... Schnitzen! Gut. So, uns fehlt leider eine Folge, weil in der gestrigen Aufnahme wir ein Bild hatten, aber keinen Ton. Und das fehlte auch irgendwie, ne? Kein Bild, kein Ton, das war schon. Genau. Da haben wir wieder... Oh, da... Wow. Da wurde scharf gekämmt. Genau, aber dafür sind wir heute wieder dabei. Und bis auf, dass das Schnitzen jetzt einen Moskito hat, hat sie viel mehr mit, ne? Ja, gut. Und Schulterpolster. Genau. Komm, wir gehen mal in die Mühle. Ey, warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe ja in der Zwischenzeit... Du bist doch ein Rogue, oder? Ja, ja, ja. Ich habe in der Zwischenzeit doch mit dem Jomo einmal kurz gespielt. Und der hat mir was gegeben, will ich. Das gebe ich dir jetzt. Oh, ein Schwierd. Ja, extra Ruhe für die auch. Ein Schwierd. Mal gucken, ob ich das nehmen kann. Das hat... Der mit 4... Das müsstest du eigentlich... Manchmal 4,1. Ja. Das könnte ich aber auch verkaufen. Ja, ich bin mir zu auch. Meins ist stärker. Okay, dann lass uns mal Richtung Höhle gehen. Ja, genau. Da, wo es so schön grün schimmert. Okay, au, au, voll um alles. Haha, also ich bin diesmal ganz vorsichtig gegangen. Wee, wo da ist ein Emerald? Okay, lass uns kämpfen. Kommt ihr, ihr blöden Fletzermäuse. Wo bist du denn? Komm, ich kümmere mich um die Fledermausen und dann machst du den Emerald kaputt. Ich habe die Fledermausen schon plattgeschossen. Achso, okay, gut. Nein, nimm den. Wo haben wir denn da? Jetzt hör doch mal auf. Irgendwie spinnt... Oh, mein Finger, mein ich. Oh, hier ist auch noch Gold. Ey, das war ich. Iron Nuggets? Wo kommen die denn her? Oh, hier sind Gegner dran. Ja, noch gar nichts kaputt gemacht. Wo bist du? Hier, komm hier schnell. Hier sind Gegner. Ey, wo? Oh, ein Sandgeist. Komm schnell. Äh, warte mal, da liegt noch Emerald rum. Wer hat dieses alles geliehen lassen? Ich hab das geliehen lassen, richtig? Achso, danke schön. Oh, tot gemacht, tot gemacht. Komm, jetzt komm, jetzt komm, jetzt habe ich mich nur gewundert, warum hier alles so läuft. Guck mal, hier ist ein Gehmer aus. Ach, aber mehr, flitze mal aus. Du bist das Todes. Oh, die haben wir auch. Ich will hier auf den Eisen. Hä? Wo? Ah! Oh, unsere Mücken. Raus, raus. Ne, andere Richtung, andere Richtung. Oder war das Fliegen? Das war ein Fliegen. Egal, auf jeden Fall sind die Tue. Komm, wir gehen weiter Richtung Osten, ja? Richtung Osten, okay. Richtung Osten, da ist noch mehr, glaube ich. Guck mal hier. Hä? Hier sind irgendwie ganz viele Höhlen. Ich glaube, wir haben... Komm, wir gehen mal da unten. ...ein Nest gefunden. Oh, und noch Fledermäuser. Fledermäuser! Was ist der? Efe, Efe! Ich mach das. Komm. Oh, ich habe hier noch was gekriegt. Oh, wow. Komm mal raus hier. Efe, ich komme hier raus. Komm mal raus. Ich habe was für dich, ich habe was für dich. Ich habe was für dich. Es ist ein Mist. Oh. Guck mal. Da kämpft ja wieder irgendwer. Ach, das ist mein Moskito gegen die blöde Fledermaus. Komm, der Fledermaus. So, tot. Hier, nehmen wir schnell das Schwert mit. Ja, wo liegt es denn? Das habe ich irgendwo hingelegt. Hä? Das habe ich doch schon. Oder? Warte, ich gucke mal. Hier ist es. Hier ist es. Wo ist hier? Hinter mir. Hallo, Golly. Geh, belast mich. Ach so, warte. Überall. Oh, habe ich wieder aufgenommen. Ich bin zu doof. Hier, bitte. Tada! Da, lass mich mal gucken. Da ist das Ding. Das ist die Iron Great Swat. Ja, musst du mal nehmen. Das ist so ein Riesen-Immelmann. Ich mache mal. Ui, ich habe Hunger. Ui, yippie. Okay. Boah, meine Herren. Boah, das ist ja richtig übel. Ja, das ist größer als du. Gut, das ist ja auch keine Kunst. Ich bin jetzt nicht so gut. Komm, wir gehen mal weiter Richtung. Gut, dass ich das jetzt nicht persönlich nehme. Wir haben zwei Gegner. Ja, komm, probieren wir direkt mal das Ding aus. Ja, los, komm. Oh, toto. Okay, jetzt fight peace. Oh, ich bin gestorben. Ich auch. Scheiß Viecher. Okay, jetzt muss ich erst mal dich suchen. Ich bin ja hier. Hä? Ich bin ja hinter dir. Ah! Ich dachte, du wärst irgendwo anders gefühlt. Okay, da sind Böpfel. Ja, voll die Böpfel. Komm, wir gehen mal weiter Richtung Osten. Ja, nee, also so. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Eine Höhle, eine Höhle. Ich hab die da. Lass uns eine Höhle vormachen. Aber du bist auch echt mutig, ne? Ja, ich bin total. Ich habe Angst, dass ich mich auf die... Komm, wir gehen erst mal hier rein. Nichts Dunkel. Hier ist dunkel. Nee, kann ja gar nicht dunkel sein. Ich hab doch mein Licht an. Wow, hier, geh raus. Oh, da. Groß, groß. Komm, schnell. So, die haben wir platt gekloppt. Jawohl, ja. Wow, hier ist Eisen. Ja, mach du. Ich hab vorhin schon so viel gesammelt. Und hier geht es auch gar nicht weiter. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Ich hänge. Ich habe gesagt, hier geht es nicht weiter. Geh du mal vor. Geh du mal vor. Ich folge dir unauffällig. Dass du Spiegel da immer alles ausprobieren musst. Na, 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 na. Am Lätzchen. Hör doch mal, wenn ich was sag. Ich stamme. Weiter, 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 weiter. Ist John meins ja so längs rum. Nee, gehen wir mit draußen. Ah, da ist aber nur mir. Hier ist auch noch was. Ja, wo denn? Warte. Wo bist du denn? Nee, hier ist. Oder sind die Fliegen wieder? Nee, doch nichts. Sie kommen hinter dir her. Warte. Ja, ich bleib hier stehen. Wo bist du denn? Äh, irgendwo oben. Warte, jetzt gucken wir auf Karte. Ja, da steh ich doch. So, wo die rein? Da, da wollte ich mal gucken. Ah, super. Obwohl, obwohl, ich sehe Eisen. Möchtest du das haben? Nee, nee, nee. Ich hab das schon gespielt. Okay. Ich bin schien. Echt? Ich bin schien. Ich seh nichts mehr. Lass uns mal weiter. Ah, eine Flasche. Und ich bin schien. Schön. Ich bin schien. Ich bin schien. Schnell hast du irgendwie eine Turbo-Taste gefunden, oder wie? Nee, du bist zu schwerer Zeit. Ah, langsam. Ja, genau. Beinahe ist da runtergefallen. Langsam, langsam, langsam. Trotzdem setze ich mich wieder auf Nidon. Nee. Äh, Taktus? Ja, nimm mit. Taktus! Warte, ich helfe. Ha! Bitte. Hä? Ich kann davon nichts mehr mitnehmen. Sammel du einen. Okay, hab ich. Dann komm, lass uns mal weiter schnöben. Ja. Lauf du doch mal vor. Oh, da ist ein Gegner. Was? Komm schnell. Wo? Hier, links. Tada! Ein Lizard. Also so ein Richtungshinweis wäre nicht schlecht. Ach, guck mal. Den Taktus ohne mich. Warte, 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 warte. Schulterpolster. Nee. Können wir nicht benutzen. Alles für einen Mage. Aha. Egal. Können wir verkaufen. Kriegen wir Kohle für. Okay. Otzen. Wir kommen. Was Otzen? Ja, Otzen. Genau. Otzen. Du bist nur ein Otzen. Ich bin nur ein Otzen. Durch die Witze. Durch die Witze. Ja, mach. Durch die Witze. Wie viel? Du bist nur da. Halt, ich warte auf dich. Warte? Ich warte auf dich. Hm? Warte. Es ist wie, wie komm, geh, ne? Ja, komm, geh jetzt. Na, 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 na. Na, 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 na. Oh, mir fehlen nur noch 50 XP. Äh, mir ein bisschen mehr. Echt? Ja. Ähm, 50. Und unser Gegner? Moskito. Ne. Mücke. Sollen wir die Mücke plattploppen? Ist es nur eine? Fragen wir es. Warte, warte, warte. Nein, warte, warte. Nein, fragen wir es nicht. Ne, die ist rot. In dem Wasser haben wir keine Chance, glaub ich, oder? Was haben wir verworfen? Wer nicht mag, der nicht gewinnt. Und wer nicht höhöh, der kriegt Plattploppen. Na, die Schock war noch da. Los. Au. Ha, ha, ha. Ja, ein 7 XP haben wir gekriegt. Tat, 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 tat. Ah, komm, da ist ne Blume. Hä? Ui, hier oben. Ein Flüsch. Hier oben bin ich. Wenn ich denn dann mal da hochkommen würde. Mein Schwert ist so schwer. So, geht doch. Ja. Geht doch, komm, nimm die Blume mit. Äh. Ja. Scheiße, da sind wir diese komischen Zwiebeln. Warte, ich muss nicht mehr da gehen. Wo sind die Blume? Hast du die mitgenommen? Nein. Nein. Bei mir hat es nicht Pling gemacht. Ui. Egal. Weiter geht's. Nein, warte. Zwiebeln. Zwiebelnkloppen. Nein, die sind zu stark. Das sind... Oh, da. Gegner. Komm, schnell, Gegner. Nessertmelnkloppen. Auf in Ordnung. Wow. Voller Lotte auf die Moppe. Lassen wir die Zwiebeln lieber in Ruhe. Ja, okay. Gehen wir auf die andere Seite? Ne, da ist ein Desert Runner. Ne, der ist vielleicht nicht. Ne, der ist zu stark. Ne, der ist zu stark. Ja. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja, da sind mal ganz viele. Ja, die sind cool. Komm, die haben mal Platz. Alle. Okay, okay. Okay. Gut. Zwei XP. Und der nächste, komm. Vierze. Mariano. Das ist alles. Oh, die sind beide gleich. Hallo? Warum der nicht ignoriert? Nuriert, ich will mitkämpfen. Ja, komm weiter. Keiner hat mich lieb. Wieso? Okay, wir können mal eben aufladen. Okay. Das ist eine super Idee. Zwei Betten. So. Klappen. Einmal Blümche, einmal Wettche. Hallo? Die hängen hier am Zelt fest. Ist er besoffen oder was? Ja. Oh, das sind Hexen. Ah, die sind gut. Und Freunde. Freunde. Die tun uns nicht. Ich warte hier vorne. Hey, du. Komm, ich spreche die mal an. I would love to have a crocodile pet. Ja, die nach Hause. So. Hä? Steck auf. Komm. Los, ab mit dir. Richtung. Otsten. Otsten, willkommen. Beow, 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 beow. Sag mal, an so Büffle haben wir uns noch nie rangewagt, ne? Doch. Haben wir. Haben wir schon probiert. Ja, aber nicht wir gemeinsam. Nein, da kriegst du voll auf die Moppe. Ja, ich weiß. Die sind so scheiße. Ja. So, komm, wir gucken mal. Oh, nee. Ist nichts. Komm, wir müssen noch ein bisschen kloppen, kloppen. Ja, komm, da ist ein Kaktus. Nee. Ach so, nee. Da kann ich ja nichts davon mitnehmen. Ich hab schon zu viel gesammelt. Ja, hier oben. Komm, schnell. Da sind Gegner. Oben. Oben geh ich davon aus, wo meinst rechts, also... Rechts, ja. Rechts, ja. Rechts hinter dir her. Ah ja. Nein, zurück, da ist ein Nomade. Okay. Komm, wir die Richtung. Lalalala. Man kann ja immer so tun als ob, ne? Genau. Na, na, wir sind von der... Hier ist Osten. Aha. Sind wir vom Weg abgekommen. Warum hast denn du eigentlich immer noch dein Lämmsch an? Oh! Ja, eifrig, ich bin blind. Ja, ich auch. So, da hinten ist, äh... Nomade. Scheiße. Jetzt weiß ich auch, warum ich so verblendet durch die Welt laufe. Ja, und das macht doch nichts. Kann mir gehen auf die andere Seite. Äh... Ja. Huiiii. Und ich wunder mich schon, weißt du. Hätt's mir auch mal früher sagen können. Ich war dann mal auf Tisch. Ich kann keine Müll nehmen. Ich auch nicht. Ich hab genug. 50 Stück. Warte, da oben ist noch was. Ist das schon wieder ein Nomade? Ja, das ist ein... Ein, ein... Mann, ey, was ist das denn? Oh ne, die sind auch schei... Wir gehen hier hoch. Ja, genau. Wir müssen... Nein! Hier, hier, den Berg. Hier, hier. Ja, sag ich doch. Komm hier. Wir kleiden dann hier rauf. Ah ja, ah ja, ah ja, ah ja. Siehst du, jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach Otzden. Ah! Wir müssen doch. Äh, irgendwo hier. Da. Ja. Komm, los. Ja. Huiiii. Huiiii. Unendliche Reiten. Ups. Lockerer Zeigefinger. Nee. Oh. Ich hab grad auf deinen Monitor geguckt. Das hat mich etwas verwirrt. Ja, das macht nichts. Ja. Oh, da sind wieder Gegner. Oh. Da vorne. Bitte. Bitte. Ja, die sind orange. Nein, 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 nein. Da ist nur einer, der orange ist. Warte, die kloppen sich jetzt da. Ja? Die drei könnten wir platt machen. Aber nicht die Baiter. Die sind zu schwer. Komm, die drei, ja? Echt? Drei auf einmal? Ja, los, komm. Oh, bist aber mutig. Wir dürfen hier nicht zu nah an dem Baiter und seine Kühe auch noch aufkloppen lassen. Oh, Tod. Jaaa. Wo bist du? Ich komme. Hä? Hallo. Kämpf weiter. Ach so. Du bist tot. Ja, ich bin tot. Der hat den einen. Komm her jetzt. Ich mach dich kaputt. Ist nur einer. Nein. Ah, deine Mücke hat ihn aber getötet. Jaaa. Olle. Hey Moskito, du altes Doppel. Hey, ich war so kurz davor. Mensch. Komm, hier. Ich bin hier. Ich seh dich. Ja, ich dich auch. Na, 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 hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, mein braves Moskitoleinchen. Jaaa. Komm, wir gehen weiter Richtung Ostens. Das ist ein ganz, ein braves. Ja, braves. Krieg ich. Da liegt ja noch was. Komm, wir gehen weiter. Hallo. Hallo. Boah, hier nimmt sich überhaupt keine Energie ab. Scheiße, das war eine Scheißidee wieder. Mal. Lauf, lauf einfach. Lauf. Lauf. Oh. Lauf. Richtung Ostern. Ja. Komm Moskito, lass dich mal lieber in Ruhe. Lauf. Oh, da ist noch ein Moskito. Lauf. 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 Scheiße, wir sind verfolgt. Äh, verfolgt. Wir werden. Ja, genau. Hilfe. Hä, da ist jemand gestorben. Echt? Oh, scheiße. Ich glaub dein Moskito ist dort. Oder mein Hund. Nein, mein Moskito ist noch dort. Ja, das ist dein Colli. Boah, so ein Sack gesehen. Da ist ein Nomade im Wasser. Ja, lass ihn im Wasser. Die Mücke verfolgt mich. Hilfe. Scheiße. Oh, da ist noch mehr im Wasser. Pass auf, wo du hinspringst. Ja, ich spring gar nicht im Wasser. So, kleiner Typ. So, bam, 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 da, 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 da. Eine Oatze, liebe Schuhe. Ja, wir werden verfolgt. Wir werden verfolgt. Gehen wir noch? Nein, hinter dir ist nichts mehr. Jetzt werf doch mal stehen. Wo bist du denn? Flauschig hinter dir. Da kommt jemand. Ach, das ist mein Hund. Ja. Hilfe, ich habe verfolgt. Da? Nee, nee, Scheiße. Komm. Das ist mein Hund. Wir gehen weiter Richtung Orsten. Ach, da ist eine Höhle. Guck mal hier. Ja, wo? Oder? Ist das eine Höhle? komm ich guck mal O-D-D-R? oh scheiße komm wir gehen hier am Rand vorbei sonst sind wir tot wir sind tot wir sind tot wir sind Gegner wir sind tot wir sind tot kannst du auch nicht kaputt machen du kannst ja gar nichts mehr davon einsamme genauso wie ich wir müssen mal in der City ja in der City nö komm wir fahren Zug in der City die Eisenbahn lo 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 lass uns mal nach hier hier links Gegner links ok ne freund scheiße ok was hältst du von rechts rechts ist gut rechts da ist Gegner nein Mücke ok nicht rechts aber hier kannst du dich aufladen wenn du willst oh ja das ist eine gute Idee so einfach nur so platt liegen gute Nacht now ja